Wollen wir richtig mal testen und einen richtigen Schatz suchen. Manni, Manni. Gold, Platin und sowas. Hey, wir wollen keinen Schrott sammeln. Uwe. Kein Schrott. Ich hab aber... Ist ein Geistesbild. Ich weiß, was wir nehmen. Uwe. Hier haben wir einen Katalysator. Ja. Da drin ist ja Gold, Platin, Rhodium, Radium, Silizium und alles drin. Auch, auch drin. Ja. Nehmen wir den mal mit und dann hab ich was, was ich suchen kann. Ja, Manni. Ja. Ja, ein richtiger Schatz ist immer gut, Manni. Du quillst dich aber ab mit dem Schatz hier. Ja, da ist viel... Da ist ein Reichtum drin, oder? Viele Edelmüll. Was machen wir jetzt damit? Machen wir, Manni. Suchen. Ich suche es jetzt mit der Sonde, das Ding. Gib mal die Sonde. Ja, Moment. Komm mal runter. Komm erst mal. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. So, so einfach kann ich das hier auch. Das mach ich so, dass du nicht bescheißen kannst. Was denn? Jetzt pass mal auf. Halt mal meine Mund zu. Halt mal so. Ich kriege noch nichts. Manni, halt mal die Kantei. Geh mal die Hand her. Hier, 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 hier. So, Manni. Und jetzt drehst du dich einmal oben. Drehen, drehen, drehen. So, und jetzt, Manni, in der Richtung versuchen wir mal richtig. Jetzt runterhalten, jetzt gucken langsam. Guck, ob du das findest. Ich sag dir nicht, wo das ist. So, ein paar aufhören, dass du nicht fällst. Langsam, langsam. Ich halte nur fest, dass du nicht fällst. Mach langsam. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Oh, das funktioniert gut. Das klappt doch mal nicht. Ich muss direkt dem Peter Bescheid sagen. Peter Bescheid. Moment, Moment. Hör mal auf damit. Peter! Du brauchst nicht so reinbrüllen. Jetzt bestimmt noch eingeschlafen. Manni, ich hab doch noch geschlafen. Was willst du? Das Gerät funktioniert spitze. Ja, wenn das Gerät spitze funktioniert, dann können wir ja im Wald fahren. Aber wir müssen ein Fahrzeug haben, was geländiger nicht ist. Weißt du doch. Peter, wir haben doch den Cherokee bekommen, den Jeep, das ist den Fontan. Da fahren wir direkt mit weg. Ja, das ist eine gute Idee. Aber wir brauchen noch eine Lanzbox. Das ist so eine Box, wo was zum Essen drin ist. Die mach ich auch fertig, gell? Ja, okay. Das ist gut, okay.